Pönis Kinowoche, der Podcast für alle, die gutes Kino lieben. Hallo zusammen, wir sind wieder da. Mittwoch, der 8. Januar 2020. Es grüßt. Caroline Kerry Steinkroh und Hans-Ulrich Pöni Pönag. Hallo Kerry, wie geht's? Mir geht's gut. Ich habe Neuer gut überstanden. Alle Pferde haben überlebt. Ja, bei mir war es ein bisschen problematisch. Mein Kater Paul, der hat sehr, sehr gelitten. Weil ich wohne ja hier in der Innenstadt, in Charlottenburg, hier in Berlin. Und da haben die wirklich geböllert, als wenn Krieg ist. Und dann war der irgendwann so bedient, obwohl wir ihn mit allen medizinischen Möglichkeiten betreut haben. Mit Globulis und diesen ganzen Dingen. Also, das war nicht schön. Ich selber finde diese Knallerei lächerlich. Aber ich glaube auch, nach den jüngsten Ereignissen wird es immer wahrscheinlicher, dass es irgendwann ein Ende hat. Was muss eigentlich passieren noch? Feuerwehrleute werden angegriffen. Nur 24 Mal habe ich eine Nachricht gehört. Wie bitte nur? Einmal ist schon zu viel. Ich kann doch die Leute nicht angreifen, die mir helfen, ein brennendes Haus zu löschen. Oder die Menschenleben retten, die werden angegriffen. Dann dauernd hat man diese Schreckschusspistolen auch gehört. Das heißt, die machen so eine Klicks, bevor dann diese riesigen polnischen Böller kommen. Wie krank ist unsere Gesellschaft, die jetzt mit Schreckschusspistolen Silvester hantiert und Leute attackiert? Ich muss das mal, auch wenn das zum Podcast-Thema nicht passt, ich muss das mal sagen. Ich finde das widerwärtig. Das Geld wird hinaus. Im Mittelmeer ertrinken die Menschen und hätten gern unsere Luxusprobleme. Wir schießen mit Schreckschusspistolen in die Luft und finden diesen Schwachsinn und teuren Schwachsinn auch noch gut. Das hat mich geärgert und ärgert mich immer noch. So, wir sind aber im Kino. Wir haben ja mit Kino zu tun. Und wir wollen heute sprechen über folgende Filme. Milchkrieg in Dalsmuni, The Grudge, Little Joe, Glück ist ein Geschäft, Queen und Slim und Freies Land. Also ich bin noch ein bisschen müde, Pöni. Ich hoffe, das wird heute noch was. Ja, haben wir vorab noch irgendwas mitzutellen? Was denn? Wir waren gestern auch eine Filmpremiere. Ja, ja, ja. Wir wollen kurz drüber sprechen, deswegen bin ich ja müde. Will Smith war da. Martin Lawrence. Martin Lawrence mit dem neuen Bad Boys-Film, der in der nächsten Woche startet. Ach, war doch ganz witzig da im Showpalast. War doch locker, ne? Ja, fand ich auch. War sehr unterhaltsam. Ja, ja. Und wie wir den Film fanden, erfahrt ihr dann nächste Woche. Genau. Aber wie wir die Filme der letzten Wochen des alten Jahres fanden, ist gerade aktuell auch in einem anderen Teil des Podcasts zu hören. Und zwar, wir haben das genannt, Advents- und Neujahrskinowoche. Und da haben wir noch mal kurz gesprochen, so die Filme, die dann doch in unserer Urlaubszeit wichtig waren. Genau. Und genau, wer reinhören will. Im Übrigen oder lesen will, pönag.de, auf meiner Webseite sind die Kritiken auch dazu veröffentlicht. Also, okay, man ist komplett um die Uhr betreut von uns. Genau. Oh, das ist nett. So, der erste Film kommt aus Island. Der erste Kinofilm kommt aus Island. Milchkrieg in Dalsmuni. Mensch, Island hat so einen guten Namen. Island hat seit Jahren immer Filme, das sind so Seiteneinsteiger, aber die sind toll. Ich denke nur an den Film gegen den Strom mit dieser listigen, rebellischen Aktivistin. Der war so gut, der war so spannend, der war so unterhaltsam, der war so toll. Eine Frau wehrt sich gegen ein Industrieunternehmen, das Landschaft verschandeln will. Das war toll. Ich dachte, Milchkrieg in Dalsmuni ist so ähnlich, aber wurde schon stutzig. Im Original heißt dieser Film The County, also die Region. Und da dachte ich, oh, diese Skepsis war doch berechtigt. Denn er hat bei weitem nicht die Qualität gegen den Strom. Handelt von einer Frau, einer Bäuerin, die ist in Nöten. Ihr Mann ist plötzlich verstorben. Sie muss von jetzt auf gleich den Hof alleine bewirtschaften und sich zugleich bemühen, die vielen Schulden abzubauen. Darunter zu kommen von dem Schuldengläubiger ist übrigens die örtliche Genossenschaft und deren Chef, Genossenschaftschef in der Region. Das ist so ein Diktator, der bestimmt nicht nur die Preise, sondern auch, was die Leute machen und was sie nicht machen. Sie lässt sich das und will sich das nicht gefallen lassen. Wieso muss ich mir von denen dann die teuren Sachen kaufen? Ich will doch Schulden ab. Wenn ich woanders meine Sachen für die Tiere, meine Futtersachen billiger kriege, wieso muss ich hier von der Genossenschaft das abnehmen? Du musst, dass Solidarität herrscht. Ja, aber sie begehrt auf, schreibt einen Artikel bei Facebook, die Medien werden aufmerksam und da wird natürlich der Chef dieser Kooperation, dieser Genossenschaft wird sauer. Aber es bröckelt auch die Front dieser Duckmäuser, Opportunisten in der Gegend. Das ist ein sympathischer kleiner Film über eine Frau, die natürlich sich nicht alles gefallen lassen will, die Solidarität einfordert. Aber deren Outlaw-Kampf ist allerdings mehr verhalten. Der ist so weniger wie bei gegen den Sturm praktisch stark, sodass die Emotionalität und die Spannung mehr dezent erscheint. Vor allem überrascht mich das, weil 2015 hatte der Regisseur Grimur Hak Konarsson einen Film in den Kinos Sture Böcke. Der hatte zu Hause in Island elf einheimische Oscars bekommen. Der war toll, der war hintergründig. Aber hier, das versendet sich so sehr bemüht, wirkt eigentlich nachhaltig überhaupt nicht. So eine Politfarbe, bei der man nickt, abnickt und sagt, okay, er wird ja in der Heimat als isländischer Ken Loach tituliert, aber die Qualität hat er in Milchkrieg in Dalsmini nicht. Drei Pönis für einen isländischen Außenseiterfilm. Aber lohnen sich isländische Filme nicht immer auch wegen der Landschaft? Ich liebe die isländische Landschaft. Aber weißt du, Landschaft, das ist ja das eine, aber die Landschaft muss natürlich auch mit ein bisschen was Tollem gefüllt sein. Und das ist es leider, leider, leider nicht. War es denn inhaltlich toll gefüllt in dem Horrorfilm, in dem Genrefilm The Grudge, den Kerl gesehen hat, der Groll? Da war es viel zu voll an Inhalt, das war ein bisschen das Problem. Ja, The Grudge von Nicholas Pesci, oder Pesci, oder ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man ihn ausspricht, ist auch noch ein rechter Neuling auf dem Regiestuhl, hat jetzt die berühmte Yuan, der Fluch, The Grudge-Reihe fortgesetzt, die 1998 das erste Mal das Licht der Welt betrat. Bitte was? Nochmal, nochmal, nochmal. Yuan, das ist der japanische Originaltitel, The Grudge ist der amerikanische Titel und der Fluch wäre die deutsche Übersetzung. Danke. Und das ist bekannter Yuan, The Grudge, der Fluch, Reihe, weil, wie ich sagte, 1998 betrat sie das erste Mal der Licht der Welt. Als Kurzfilm-Idee von Takashi Shimitsu, der diese Idee dann weiterentwickelte und seinen Langspielfilm Yuan dann auf dem Scream-Festival vorstellte, unter anderem. Es gab natürlich auch ein US-Remake unter The Grudge mit Sarah Michelle Gellar 2004, das fiel so ein bisschen durch. Also es war nicht so toll, aber dadurch, dass Sarah Michelle Gellar Teenie-Star war, hat er dann doch ganz gut Geld verdient. Und es folgte Teil 2 und Teil 3 und so weiter und so fort. Und das ist jetzt Teil 5, oder was? Das ist irgendwie Teil, keine Ahnung. Es folgt jetzt also ein weiterer Teil als Reboot oder Neustart dieser ganzen Serie. Und es ist alles wie gehabt, Pönis hat sich nicht verändert. Ja, warum geht's denn? Wir befinden uns 2004 bis 2006 in diesem Zeitraum. Es geht um ein verteufeltes Haus in einem amerikanischen Vorort, kennt man ja. In diesem herrscht eine Art rachsüchtiger, unglückseliger Fluch. Spukt. Dem fortan... Spukt. Nein, es spukt nicht, es ist verflucht. Es ist was anderes als Spukenpödel, wenn man genau denkt. Verstehe. Auf jeden Fall möchte Detective Maldon, gespielt von Andrea Riceborough, diesem Fluch auf die Schliche kommen. Nicht zuletzt um ihren Sohn zu beschützen. Und sie betritt dieses Haus, das ist natürlich dann voll in diesem Höllenkreislauf mit drin. Es ist wie gehabt, wir haben einen kleinen Geist mit nassen, schwarzen, triefenden Haaren. Lach nicht, es ist einfach so. Und auch Peschi oder Pesh Nicholas, wie auch immer er heißt, schafft es nicht, sich von diesem ganzen Kram zu lösen. Er nimmt die bekannten Inszenierungsteile wie eine nicht chronologische Erzählweise. Er macht immer wieder neue Geschichten auf. Da ist dann der Geist und er hat die Geschichte und dann gibt es den Toten und dann weiß es nicht. Und du bist so verwirrt von diesen ganzen Background-Stories, die anderthalb Stunden nicht füllen können. Dass man einfach sagt, okay, der Film vergisst das zu sein, was er nämlich sein soll. Gruselig. Da können auch diese wirklich sehr vorhersehbaren Jumpscares nichts dran ändern. Was sind Jumpscares? Jumpscares ist, wenn ein Geist dich aus der Ecke anspringt. Und du machst so, uah! Ach so, ist das ein Corner-Geist? Ein Corner-Geist. Mein Englisch ist immer besser. So ein bisschen wie Jack aus der Box, weißt du, so boom und dann erschreckst du dich. Und was ganz bekannt ist, ist natürlich auch dieses röchelnde Geräusch, das dieser Geist macht. Ich mache das einmal vor, das geht so. Da weißt du schon, jetzt steht er hinter der Tür. Oh, das ist toll. Ja, habe ich gut gemacht, ne? Was noch erwähnenswert ist, dass Lynn Shay mitspielt. Die ist unter Horrorfans bekannt. Die spielt unter anderem in den CDs Teil 1 bis 4 mit. Sie macht ihre Sache auch irre gut, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ansonsten ist dieses Das-Mädchen-mit-Nasen-Bluten-Movie wirklich zu verschachtelt und begibt Selbstmord in diesen ganzen Erzählstrukturen. Ey, du hast das so erzählt, dass ich sage, diesen Film sehe ich mir auf gar keinen Film an. Zwei Carrie-Pönis. Also als Horror, wirklicher Horror-Geek kann man sich das mal angucken, aber ansonsten... Nee. Nee, gar nicht. Eher nicht. Also, wenn du selbst schon sagst, nö. Also, pui da. Ich finde halt anderthalb Stunden für diese ganze Charakterentwicklung auch echt knapp. Also dann lieber gruselig. Dann lieber volles Fressbrett mit Jumpscares und äh... Fressbrett? Volles Fressbrett mit den Geistern-Pöni. Alle auf einmal raus. Also ich würde sagen, das klingt nach Katzenkotze. Nach Katzenkotze. So, der nächste Film ist auch ein Horrorfilm. Aha. Also soll einer sein. Ja. Er heißt Little Joe. Glück ist ein Geschäft. Lief im Vorjahr, im Cannes, im Wettbewerb. Und von Anfang an, ich weiß nicht, guck mal nach in deinem Gedächtnis, ob du irgendwo einen Film entdeckst, bei dem man von Anfang an wegrennen will, weil die Musik so entsetzlich ist, dass man die fast nicht erträgt. Sie hat nämlich, sie hat nämlich, jetzt hast du... Entschuldigung. Also es ist nämlich so ein unerträglich nervöses Klängeteppich-Gelaule, bestehend aus Panflöte und Elektroquitschen. Also als würde man am Aufnahmemikrofon Hunde und Katzen quälen und dabei ihre Geräusche aufnehmen. Fürchterlich. Das geht, zieht sich zurück. Wo habe ich mir das notiert? Ich habe mir extra diesen Mann und den nach einem ganz berühmten... Die Körperfresser, oder? ...japanischen Komponisten. Ach so. Finde ich jetzt nicht. Ist egal. Also es geht um Pflanzen. Little Joe, Glück ist ein Geschäft. Es ist so eine enthemmte Version von Philipp Kaufmanns Klassiker, die Körperfresser kommen. 1977. Das war ja so, dass Außerirdische kommen, die menschlichen Körper auffuttern und neue Menschen hinstellen und immer mehr neue, beeinflussbare, manipulierte Menschen sich kommen. Und hier geht es um eine Forscherin, die ist beteiligt an der Forschung von gentechnisch manipulierten Pflanzen. Warum ist sie da beteiligt? Naja, weil diese Pflanzen sollen Besitzer glücklich machen, sagt die Forscherin Alice. Und was die Pflanze noch braucht, sagt sie zu den möglichen Sponsoren und Kollegenschaft, ist Liebe. Sie werden diese Pflanze lieben wie ihr eigenes Kind. Also Investoren stehen bereit. Aber vorher muss das eben, diese Pflanzenart und diese Pflanze, auf einer Ausstellung präsentiert werden. Sie nimmt eine von den vielen Versuchspflanzen mit nach Hause. Sie hat einen 14-jährigen Sohn zu Hause, Joe. Und sie nennt diese Pflanze deshalb auch Little Joe und sagt ihm, pass mal auf, du. Die ist ein Lebewesen. Du musst mit der sprechen. Sie braucht es warm. Sie braucht Aufmerksamkeit und Zuneigung. Sie macht Menschen glücklich. Und wir ahnen, Glück ist natürlich alles andere als das, was jetzt künftig passieren wird. Und siehe da, natürlich, die Pflanze entwickelt so ein Eigenleben, so ein Pollenhorror. Aber das wird alles so langweilig erzählt. Das ist so, ich finde den Komponisten gerade, der muss ich erzählen. Taiji Ito, 1935 bis 1982. Der hat diese unerträglichen, nervösen Klänge komponiert, die hier benutzt werden. Dieses Elektroquitschen. Das muss die unbedingt loswerden. Falls jemand den kennt, dann beleide ich wahrscheinlich jetzt einen großen Künstler. Aber in dem Film hört sich das schrecklich an. Aber zurück, wir sind zu Hause bei dem kleinen Joe. Der wird natürlich manipuliert von der Pflanze. Und wir denken, jetzt kommt es, jetzt kommt es, jetzt passt es. Nein, viel theoretisch Gerede. Keine überzeugenden Mitwirkenden. Ben Wischow spielt mit. Kennen wir von Das Parfüm. Und die Emily Wischem spielt die Mutter, die ja langsam misstrauisch wird. Aber der Film ist so steril wie das Labor, in dem die Pflanze gezüchtet wird. Die Musik ist zum sofort wegrennen. Also mit zwei Pönis ist das noch ganz gut. Aber ist das nicht so, dass diese Musik, soll die nicht vielleicht so eine abschreckende Emotion hervorrufen? Ja, aber wenn ich wegrennen will, ich weiß nicht, ob ein Film möchte, dass ich wegrenne. Aber ich muss sagen, also so Pflanzenfilme, ich denke da immer sofort an den kleinen Horrorladen natürlich. Ja, der war ja witzig. Der war witzig. Und dann gibt es so einen Horrorfilm, der heißt Ruinen. Da reagieren so komische Pflanzen in der Ruine ganz allergisch auf Handy klingelt. Auf Handy klingelt? Auf Handy klingelt. Das ist auch so ein abstruser Film. Ist das ein Film oder eine Serie? Das ist ein Film tatsächlich. Der kam auch neulich im Fernsehen. Deswegen denke ich da gerade drauf. Wie heißt der? Ruinen. Der lohnt sich auch nicht. Aber ich finde Pflanzen ist offensichtlich irgendwie so ein schwieriges Horrorgebiet. Der nächste Film ist gut. Queen and Slim von Melina Mazzucas. Ich kenne die Melina Mazzucas von ihren Videoclips. Die hat ja mit renommierten Künstlern wie... Beyoncé. Beyoncé Formation. Das war ja provokativ, muss man sagen. Mein lieber Mann. Rihanna. Rihanna oder Jennifer Lopez. Sie ist Grammady. Oh Gott, nee. Grammar. Grammy-Trägerin. Okay, pass auf. Ich merke schon, meine Konzentration wird ein wenig jetzt gestört. Wir kommen gleich auf diesen Film zurück und unterbrechen mal für einen Moment, denn wir müssen ja noch was anderes loswerden und das wird dann vielleicht die Zunge wieder richtig lösen. Die drei besten und der schlechteste Film 2019. Wir haben 2019 neulich gehabt, am Wochenende, die Golden Globes. Och schade, jetzt dachte ich, ich kriege schon deine Charts rausgeleiert. Die Golden Globes. Die Golden Globes haben ja das Manko, da wird nicht ein Spielfilm herausgesucht, Musical, Drama, Komödie, sondern es wird drei, vier. Es hat ein bester Filmdrama, ist 1917, ist der neue Film von Sam Mendes, startet nächste Woche. Beste Komödie, Once Upon a Time Hollywood, ist von Tarantino. Und dann gibt es noch dieses Auslandsdrama, Parasite, den wir hier auch sehr gelobt haben. Der hat den besten nicht englischsprachigen Film bekommen. Und dann natürlich, das sag ich mal voraus, ist ganz klar, wir brauchen bei den Oscars, die man nicht auf viel Spannung setzen. Phoenix, Joaquin Phoenix für Joker wird den Oscar kriegen und Renée Selvega für Jodie wird auch den Oscar kriegen. Die haben auch hier den Golden Globes bekommen. Hast du dir sonst noch irgendwas aufgefallen bei dem? Ich weiß nicht, ob ich mit 1917 einverstanden bin, dass der meinen Joker geschlagen hat. Und ich finde es eigentlich, ich fand es so, Once Upon a, ich finde es Komödie, finde ich bei Once Upon a Time in Hollywood irgendwie so witzig. Komödie, Musical, ja. Ja, ich finde die Einkategorierung in dem Fall ein bisschen witzig, aber auch zu Recht. Also, ich mochte den sehr. Aber jetzt bin ich mal gespannt, wie das, wenn das nur noch um einen Film geht, nicht um drei, vier aus verschiedenen Genres. So. Kriege ich jetzt deine Liste? Pöni, na, ich muss die jetzt erstmal öffnen hier. Sowieso. Ich versuche die für unsere Zuhörer, die da brennend drauf warten, wie viele Zuschriften uns schon mitgeteilt haben, deine Charts zu hören, Pöni. Die drei besten Filme des Kinojahres oder nein, das ist schon wieder falsch. Die drei besten Filme des Filmjahres 2019. Auf Platz drei, Anne, Inspektor Calls. Das ist ein BBC-Thriller, den ich neulich vorgestellt habe. Der ist im Heimkino hier rausgekommen, Mitte November. Und wenn ein BBC-Film, ein Fernsehfilm es schafft, in die besten Liste zu kommen, die besten drei, dann sagt er schon über alle Qualität. Ich brauche keine Details mehr erzählen. Der steht auf der Webseite, pönag.de. Pönag.de, genau. Da steht er und da steht auch näher. Aber dieser Film, das ist ein außergewöhnlicher Film über eine außergewöhnliche Geschichte und kann nur sagen, das ist ein Muss-Film. Auf Platz zwei ist ein Film, der ging mir wirklich als politisch denkender Mensch unheimlich an die, positiv an die, wie sagt man? Nieren? Ja. Auf meine Nieren, ja. Der heißt Deutschstunde. Und der Deutschstunde enthält einen Satz, der ist so widerwärtig und gleichzeitig aktuell bestimmend. Das ist ein Faschistensatz, der da lautet, brauchbare Menschen müssen sich fügen. Und seit ich diesen Satz gehört habe, halte ich mich für unbrauchbar und für Fügungen überhaupt nicht geeignet. Das ist ein überragender deutscher Film, bei der so ein ekliger Höcke den widerlichen Naziton-Denkton anführt. Das heißt, wenn ich diesen Film sehe, denke ich viel an diesen Faschisten, den man ja so nennen darf, laut gerichtlichen Urteil, an Höcke. Und dieser Film, Deutschstunde, gehört als begleitender Unterrichtsfilm, Unterrichtsfilm in den besseren schulischen Geschichtsunterricht. Der ist brillant geeignet dafür. Text, wie gesagt, pönag.de. www.pönag.de, da gibt es den Text dazu. Und Nummer eins, da sind wir uns beide einig. Wir haben den Film auch zusammengesehen und da gibt es gar keinen anderen. Joker, natürlich Joker. Das ist die Geschichte eines labilen Clowns, der durchdreht, der ausrastet, als lachender Wutbürger das städtische Kommando übernimmt und Joaquin Phoenix in der Rolle seines Lebens. Das ist so. Und diesen Film werde ich nie in meinem Leben vergessen und der steht ganz, ganz oben für das Filmjahr 2019. Dürfte ich um einen vierten Platz ergänzen, aus meinem ganz persönlichen Horror-Genre. Ja, sicher. Und zwar gab es 2019 diesen Film Wir, vielleicht erinnerst du dich noch an den von Jordan Peele, der auch Get Out gemacht hat. Und das gehört für mich im Horror-Bereich tatsächlich zu einem der besten Filme. Warum? Weil er dieses Thema Reich, Arm, Chancengleichheit gerade in den USA auf eine ganz tolle Art erzählt. Wir. Okay. Absolut einverstanden. Ich habe mir einen Film ausgedacht, ich muss über den Allerschlechtesten reden, der mich so angeekelt hat, der mich so angewidert hat, bei dem ich rauskam. Und da sage ich Leute um mich und habe mir gesagt, das ist doch typisch so, ist doch nochmal sein Genre. Warte. Rambo Last Blood. Ja, ich habe es erraten. Rambo Last Blood. Ich sah es gestern nämlich in dem Pöne und habe geraten, was es war und ich habe es erraten. Das ist ein Film, der ist über der Ekelgrenze, das ist Gewaltpornografie. Am Schluss wird also dem Bösewicht, der wird festgenagelt an der Wand und dann wird das Herz aus dem Leib gerissen und dann nimmt Rambo auf dem Schaukelstuhlplatz und guckt sich, grinst da vor sich hin. Dieser Film ist so widerwärtig, so inhuman und behämmert und ich sage muss, das, das, das habe ich 2019 als mein Allerschlechtesten angesehen. Mist bleibt Mist und das ist ein Mist-Movie. Also Rambo Last Blood für mich das mieseste, schlechteste, widerwärtigste, was ich 2019 filmmäßig gesehen habe. Jetzt muss man auch sagen, dass du Cats nicht gesehen hast. Liebe, liebe Carrie, ja. Aber trotzdem kann Cats nicht als der widerlichste, schlechteste, das geht gar nicht. Oh, mir, der hat das Herz gebrochen. Ja, naja, das ist ja, ja. Gut, nochmal. Ich trinke den Schluck. Queen & Slim. Queen & Slim. Und zwar Kremi-Preisträgerin. Melina Mazzucas. Wie gesagt, Leon C-Formation, das war eine Videoclipmusik, Donnerwetter. Der war schön provokativ. Es geht hier um zwei. Angela und Ernest. Angela. Sie ist Rechtsanwältin, hat gerade einen Prozess verloren. Er ist so ein büderer Warenhausangestellter. Die haben so ein Date aus dem Netz kennengelernt. Sie hat eigentlich gar keine Lust. Man ist in einem Diner in Ohio und dann passiert was, wo du sagst, das ist nur in Amerika möglich. Das ist in diesem wirklich rassistisch versifften Amerika nur dort möglich. Er will sie nach Hause bringen oder fährt sie nach Hause und er begeht eine klitzekleine, klitzekleine Verkehrsgeschichte. Es ist albern, der wackelt ein bisschen mit dem Auto. Ganz, ganz kurz. Polizist hält sie an. Aggressiver Polizist, ein weißer Polizist, denn die beiden sind Afroamerikaner. Und es gibt Wortgespräche, Wortduelle. Wie gesagt, der Polizist ist sehr aggressiv und der liegt irgendwann erschossen auf dem Boden. Notwehr? Also auf keinen Fall ist es Mord. Aber da wir uns ja nicht in einem objektiven Rechtsstaat befinden, weiß Angela, natürlich, wir können jetzt nicht zur Polizei oder wir können jetzt die Polizei rufen und wir kommen nie mehr aus dem Gefängnis raus. Wir haben keine Chance in diesem Amerika von heute. Und sie hauen ab. Und eine landesweite Verfolgung beginnt allerdings dank des Videos über den Tathergang auch mit mehr Unterstützer. Also Änderungen an den Outlaw-Klassiker Bonnie und Clyde werden wach. Dann aber beginnt die Clip-Queen, so lenne ich mal Melina Mazzucas, ein bisschen ihr Talent noch nicht auszuspielen. Das wird plötzlich ein politisches Pop-Melodrama mit emotionaler Trivialnähe. Also die Glaubwürdigkeit wird ein bisschen angekratzt. Aber schönes und wichtiges und tolles, dass nach Get Out oder The Hate U Give oder Moonlight weiterhin die afroamerikanische Kino entspannender und interessanter Aufruhrbewegung ist. Ich gebe dem Queen & Slim drei Pönis. Ich liebe ja so Bonnie & Clyde-Geschichten. Aber das hier ist nicht, wie bei Bonnie & Clyde historisch belegbar, das ist auch jetzt fiktiv. Das ist fiktiv, aber eben, wenn man sich die amerikanische Realität ansieht, hart an der Realität angelehnt. Wer hat das Drehbuch geschrieben? Das würde mich jetzt persönlich noch interessieren. Sie! Ach, Sie auch? Nein, nein, Lena Whitey. Okay. Lena Whitey. Jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt. Lena Whitey. Ja, okay. So, jetzt kommen wir zum Kinofilm der Woche. Hör mal, aus Deutschland. Ein Kinofilm der Woche aus deutschen Landen. Mit einem sehr prominenten Namen. Freies Land. Nein, der Regisseur ist er prominent. Christian Albert. Christian Albert hat nicht nur die Tatort-Filme mit Til Schweiger entwickelt und gedreht, inszeniert. Er hat auch den Kino-Tatort-Film auf Duty gedreht. Und er hatte neulich, als wir gerade unsere 100. Pöni-TV-Sendung hatten, hat er einen Film in den Kinos, der mich wirklich als Thriller richtig überzeugt hat. Ein meisterhaftes Spannungsstück war. Steig nicht aus. Und danach allerdings. Warte, er hat auch noch Fall 39 mit deiner gerade aktuell sehr geliebten René Selweger gedreht. Erzähl, wo? Ist das eine Serie oder ein Film? Ein Film. Der Fall 39 war ein Horrorfilm mit René Selweger von Christian Albert. Okay. Ja. Danke für die Ergänzung. Danach hat er gedreht, nach Steig nicht aus, abgeschnitten. Das war so ein Sebastian-Fizek-Roman-Verfilmung. Und das war wirklich, der Film hat dann Blutsand gesetzt. Der war nicht gut. Gut. Hier orientiert er sich an einem meiner definitiven Lieblingsfilme, der da heißt La Islaminima Mörderland. Der kam 2016 bei uns ins Kino. Schmeißt das Glas nicht um. Ja, haben wir geguckt. 2016 ins Kino und handelte davon, das ist sehr wichtig, dass man die Handlung des damaligen Films kennt ein bisschen. Der spielte in Andalusien im Herbst 1980, fünf Jahre nach dem Tod des Diktators Franco. Und der faschistische Geist, wie die Strukturen von Franco, die sind immer noch in der Provinz herumgespukt. Das war der Ausgangspunkt für den Film damals, La Islaminima Mörderland, den ich dringend empfehle für Leute, die wirklich gutes, spannendes Kino suchen. Albert macht daraus einen Film, der in Deutschland spielt. 1992. Spätherbst, Landkreis Löwitz in Mecklenburg-Vorpommern. Zwei Schwestern sind verbunden. Ein Ost- und ein Westbulle sollen ermitteln und ermitteln auch. Aber deren Wellenlänge ist sowieso gleich null. Aber gleichzeitig geht es von Anfang auch darum, 1992. Kohl hatte blühende Landschaften versprochen. Hier blüht überhaupt nichts. Es ist nur nach Tristesse. Es ist nur nach dunkelgrau, farblos, deprimierend. Die Menschen sind entsprechend wie die Landschaft. Nämlich missmutig, misstrauisch, verschlossen. Die wollen mit der ganzen Scheiße, wie sie da nichts zu tun haben. Die Jungen hauen ab. Die suchen sich einen Job irgendwo in Berlin, in Rostock, aber bloß weg hier. Und jetzt kommen die beiden Bullen und wollen ermitteln an einer Geschichte, wo die Leute immer noch sagen, die sind abgehauen. Nee, die sind nicht abgehauen. Die finden sich dann im Sumpf, sind bestialisch ermordet worden. Und es stellt sich heraus, dass weitere junge Frauen im Grunde abhandengekommen sind. Aber niemand hat sich darum gekümmert. Da interessiert sich niemand für, sodass ein Serienmörder das ausgenutzt hat für seine Morde. Also die beiden Polizisten haben damit zu tun, einmal die Ergebnisse, den Mörder zu jagen. Auf der anderen Seite natürlich dieses seelische Brachland zu beachten. Und da ist dem Albert was gelungen, was ich so voller Respekt sage. Das ist ein Krimi mit Kopf, mit Köpfchen und Verstand. Auf der einen Seite die Thriller-Handlung. Natürlich, man will wissen, was ist hier los? Wer ist das? Oder wo kommt der? Auf der anderen Seite natürlich die Region, der Stillstand, Wut und Resignation. 1992 war das gewesen. Und wir können ja die Diskussion nach 30 Jahren Wende neulich mal verfolgen. Es ist ja immer noch Tristesse, Viel und Traurigkeit, obwohl sich ja vieles geändert hat, gerade in den ostdeutschen Provinzen. Aber wie dieser Film seinen Bedrohungsscharme entwickelt und seine Spannung aufbaut. Donner, Donner, Donnerwetter. Freies Land, Christian Albert, ein Srella par excellence, vier Pönnies. Jetzt weiß ich ja, dass du das Original auch sehr mochtest. Ja. Das Mörderland oder der, ja. La isla minima, Mörderland. Mörderland, genau. Und gibt es denn jetzt Unterschiede, die dich begeistern? Und du sagst so, also ich kann das noch nicht so ganz fassen, ob das jetzt sehr ähnlich ist oder ob es da wirklich auch prägnante Inszenierungsunterschiede gibt, die dich so anders gefesselt haben vielleicht auch. Ja, Albert benutzt viel Drohnen. Er fotografiert viel von oben, was die Landschaft noch bedrohlicher erscheinen lässt. Gleichzeitig wirkt sie aber irgendwie faszinierend. Eigenständig, als wenn sie sich die Menschen gar nicht mehr unterordnet, sondern verselbstständig. Was meine ich? Ja, wenn da die Fabrik, die ehemalige VEB-Fabrik von Leuten verteidigt wird, die gegen Spekulanten sind. Wenn so ein Schiffsfriedhof sichtbar wird. Wenn diese gewaltige Kläranlage mit diesen Anführungsstanzenden Becken, wo so mächtiger Dampf mitten hinein in die Winterluft abgespuckt wird, wenn das gezeichnet wird. Das hat alles so seine Bedeutung, genauso wie im originalen Film. Landschaft ist Seele und die Seele ist beschädigt, genauso wie die Seele von den Menschen beschädigt ist. Und da mittendrin sollst du erzählen von einem Mörder, der da von einem Serienmörder gesucht wird. Und übrigens, was mir sehr gut auch gefallen hat, die beiden Hauptdarsteller völlig unverbrauchte Gesichter. Felix Kramer und Tristan Pütter. Das sind ein Ereignis. Das sind Sumpftypen allerbeste Outlaw-Schnüffler-Qualität. Die sind richtig gut. Und deren Privates spielt ja hier auch eine Rolle, ohne dass das übergewichtig wird, sodass wir uns deren Lamentieren anhören müssen. Nein, 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 nein. Das ist insgesamt als Gesamtkomposition genauso gut gelungen wie damals der spanische Film. Nur eben, er spielt nicht in Andalusien, sondern im Sumpf von Mecklenburg-Vorpommern 1992. Wenn jetzt jemand wie ich, der noch beide gar nicht kennt, mit welchem fange ich an? Mit dem jetzigen und dann guckt er den Spanischen. Das kannst du durchaus machen. Dann guckt er den Spanischen. Okay, das werde ich tun. Ja. So, jetzt haben wir alles abgearbeitet. Jahresfilme, Golden Globes, Kinofilme dieser Woche. Unsere Postkarten haben wir noch nicht abgearbeitet. Erzähl. Es gibt jetzt nicht nur Pöni-Aufkleber von Pönis Kinowoche, sondern auch Postkarten mit Pönis besten Sprüchen, die ihr unter kontakt.pönak.de kostenlos bestellen könnt, um die an irgendwelche Plätze zu kleben. Auf gar keinen Fall auf Augenhöhe vor Kinos, an Ampeln oder sonstigen. Das macht man nicht. Nein, das macht man nicht, überhaupt nicht. Mensch, ist mir neulich wieder passiert. Ich klebe das so ein Teil daran, bin schon wieder in der S-Bahn und denke, verdammt nochmal, das durftest du ja gar nicht. Stimmt, mach das doch nicht, wenn das jetzt jemand findet. Ach so. Ach so, ja. Ich sag ja nicht, wo das war. Wir haben auf jeden Fall schon sehr viele witzige Fotos bekommen, von denen wir bestimmt auch ein paar zeigen werden auf unserem Instagram-Account, unter Pönis Kinowoche oder auch auf Facebook. Ja, wie gesagt, wenn ihr welche haben wollt, unter kontakt.pönak.de werden euch kostenlos zugeschickt. Wir fangen wieder an. Es geht los 2020. Nächste Woche heißt Udo Lindenberg hier. Nächste Woche ist Will Smith mit seinem neuen Film hier. Also, es geht richtig los in das neue Kinojahr. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns auf unseren Podcast. Und, äh... Wolltest du nicht noch ein Heimkino machen, Pöni? Nein, ich hab... Hast du unentschieden. Nächste Woche werde ich den einbinden. Der ist mir jetzt in der Schnelldurchlauf. Wäre mir das zu schade. Gute Woche. Tschüss. Tschüss. Pönis Kinowoche. Der Podcast. Jede Woche neu. Gute Woche. Untertitelung des ZDF für funk, 2017